Der nächste Punkt, der auch ganz wichtig ist bei britischem Lammfleisch, ist die ganzjährige Freilandhaltung. In Großbritannien haben wir ein relativ mildes Klima. Das führt dazu, dass ganzjährig die Gräser und Wiesen wachsen und dadurch die Tiere das ganze Jahr über außen gehalten werden können, im Gegensatz zu uns. Wo wir hier, wenn wir das meiste Lammfleisch essen, nämlich an Ostern, die Tiere, also die Lämmer, eigentlich von der Geburt bis zu ihrem Schlachtzeitpunkt nur im Stall verbracht haben. Im Gegensatz zu Großbritannien, wo sie praktisch ganzjährig außen stehen. Die ganzjährige Freilandhaltung führt natürlich auch zu einem besonders leckeren Geschmack, denn die Tiere haben viel Bewegung, viel Platz und können im Prinzip fressen, was gerade da ist.